Hey, ganz ganz kurzer Vorspann. Heute spielen wir Quidditch und zwar wirklich Quidditch auf einer Map. Das sind unsere Hogwarts-Seine. Das sind jetzt nicht die coole Hogwarts-Seine, die ich schon mal gezeigt habe, aber alter, guck mal wie das abgeht. Da spielen wirklich Spieler gegeneinander. Okay, es ist ein Amor-Stands, aber sehr komplex, sehr coole Mechanik und ich werde euch gleich alles zeigen, wie das hier funktioniert und selbst mal den Sucher spielen und den Schnatz fangen. Okay, wie ihr seht, war es sehr erfolgreich. Los geht's. So, hallo und alles in einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder einen extrem krassen Spielmodus für euch. Eine kleine, aber feine Minecraft-Map und ja, man kann hier tatsächlich Quidditch spielen. Ich habe vor einer Weile ja schon mal eine Hogwarts-Map hochgeladen oder habe gefunden generell, die auch vorgestellt. Da war Hogwarts sehr detailliert, sehr, sehr detailliert gebaut und ich glaube, das kann hier so ein kleines bisschen anschließen, denn hier kann man wirklich physisch Quidditch spielen. Wenn es auch ein großes Quidditch-Feld. Link dazu will ich in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne ziehen. Hier sind wieder die Entwickler auch mit drin, die daran gearbeitet haben und die Regeln von Quidditch sollt ihr kennen. Werde ich jetzt nicht, glaube ich, nochmal extra erklären. Wir legen einfach mal los. Right-click to start the map. How to control your boom. Also wie man den Besen kontrolliert. W, A, S, D, um zu fliegen, vorwärts gucken, um in der Position zu bleiben, nach oben zu gucken oder nach unten zu gucken, nach oben zu gucken, um nach oben hoch oder runter zu fliegen. Wenn du senkrecht nach oben guckst, fliegst du sehr schnell nach oben, senkrecht nach unten, sehr schnell nach unten. Den Besen kann man in der Offhand halten. Hold your broom, your offhand to use. Okay, in der Offhand musst du einen Besen halten, um ihn zu benutzen. Man muss den ersten Slot in der Hotbar belegen oder auswählen, um normal zu fliegen. Den zweiten Slot ein bisschen schneller, dritten nochmal schneller. Also zwei bis neun macht einen schneller und natürlich macht es auch härter, diesen dann zu kontrollieren. Ich glaube, der letzte ist dann, ne, neun ist ja, ja, genau, sehen wir jetzt gleich. Okay, dann start Quidditch mit Rechtsklick drauf. Hui, Quidditch, Gryffnall versus Slytherin. Also, oh, oh, das ist ja mal, oh, oh, das ist ja mal richtig nice. Ich kann W erst die jetzt steuern und jetzt auch hier wieder ein bisschen schneller fliegen. So, da unten ist die, äh, Hooch. Übrigens, es geht um, ähm, den ersten Teil der Harry Potter, ähm, Reihe. Und, ähm, ich spiele tatsächlich auch, oh, fühlt mir was denn da her? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, ich spiele tatsächlich auch als Harry sozusagen und muss den Schnatz fangen, der irgendwo hier rumschwirrt. Hier vorne haben wir einen Oliver, der die Sache tankt. Das ist einfach nochmal ein Beseneffekt. Und, ja, ich, ich muss den kleinen Kack-Schnatz finden. Wurde das Ding für diese Runde. Aber, ey, cool gemacht. Übrigens, man kann die Karte alleine spielen. Points für Gryffindor, lol. Die haben den Koffel dadurch gedonnert. Ähm, man kann das hier alleine spielen. Da, lol, da fliegt der Koffel wieder. Jetzt hat der Spieler den WTF. Das sind alles Amor-Stands, die auf Besen umherfliegen. Und, ähm, ja, ich darf halt den Dings, den, den Schnatz suchen. Aber die Frage ist, wo der halt ist. Ah, oh, ich seh ihn. Oh, da ist er. Oh mein Gott. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Aber ich weiß nicht, was ich genau machen muss, um ihn dann zu catchen. WTF, WTF. Oh, der Gegner von Sylvan hat den Schnatz gefangen. Dammit. Jetzt gerade, wo ich mal die Gelegenheit hatte, hat er ihn zu sehen. Da ist er wieder. Harry Corp. Oh, ich hab ihn gekriegt. WTF. Also, ich muss nur nah genug an den Rand fliegen. Dann müsste ich ihn sammeln. Und, oh. Jetzt hab ich tatsächlich gewonnen. E2 Open the Inventory. Start Quidditch. Dann kann ich das nächste Spiel nochmal neu starten. Oh. WTF. Da eigentlich seh ihn wieder. Okay, ein bisschen kurz und jetzt so muss man schon haben. Und komm schon, komm schon, komm schon. Nah genug an. Da, 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 da. Das ist ja echt schon ein schwerer Job. Jetzt hab ich ihn aus den Augen verloren, tatsächlich. Wo ist der denn hingedownert? Ich hab übrigens das Gefühl, dass alle Geschwindigkeitsstufen gleich schnell sind, die ich hier in dem Ursaal dann. Wo ist er? 10 Points von Gryffindor. Ja, die haben die Kaffee durchgenodert. Übrigens, wenn ich mich ein Klatscher erwische, dann krieg ich auch Damage. So ist ja nicht, ne? Oh. Ich glaub, mich hat gerade einer erwischt. Was? Ich hab einen Schnatzen in der Hand. Hey, was ist hier passiert jetzt gerade? Oh, da, ich seh ihn wieder. Ne, ich hab noch einen in der Hand, aber wahrscheinlich, weil ich gerade einmal die Runde gewonnen hatte oder so. Da, ich seh ihn wieder, ich seh ihn wieder, ich seh ihn wieder. Oh, da, 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 da. Fliegt bei den eigenen Torrängen rum. Irgendwo hier war er. Irgendwo hier war er. Er ist schon wieder vorbeigeflogen. Der wird, da ist er, da ist er. Und, oh. Ich hab ihn fast, ich weiß nicht, ob ich rechtsklicken muss oder ob ich ihn schlagen muss. Da oben fliegt er wieder. Äh, oh, da, das ist der eigene Schnatzen von mir. Ne, warte, hat er wieder umgedreht? So, aber nicht, der hat wieder umgedreht. Dammit, was geht hier unten ab? Flint. Was geht hier ab? Headbang die, oder was? Ich glaub, die Map ist RIP. Äh. Ich hab wieder aus den Augen verloren. Das ist super schwer, auch hinterher zu steuern. Da, ich seh ihn wieder, ich seh ihn wieder. Ich seh ihn wieder. Da ist er. Ganz oben, ganz oben, ganz oben, ganz oben. Ähm, ich bin eigentlich schon auf der maximalen Geschwindigkeitsstufe, glaub ich. Da ist er, da ist er. Er geht runter, nein, er dreht sich wieder. Dammit. Der ist hinter dem her, er ist hinter dem her. Der fliegt echt außerhalb vom Spielfeld hier durch. Oh. Äh, ja. Da ist er, da ist er. Der ist echt super schwer. Komm schon. Er ist mir noch fast direkt in die Arme geflogen. Das ist wieder der Higgs. Äh, ich, da, da. Ich seh ihn wieder, ich seh ihn wieder. Da ist er. Ah. Nein, 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 nein. Aber cooler Spielmodus, ohne Witz. Funktioniert verhältnismäßig gut, muss ich sagen. Ähm, ich werd nur ein bisschen in den Geschwindigkeit runtergehen, auch wenn ich hier irgendwie nicht wirklich in den Geschwindigkeit merke. Aber nee, hier ist nix. Hier ist grad nichts. Ich seh ihn mal wieder nicht. Warum hängen die die ganze Zeit auf dem Boden hier irgendwie? Oh, ich glaub, ich hab grad einen Klatscher abbekommen. Oh nein, ich bin mit dem kollidiert. Ich bin mit dem kollidiert und hab mich in die Luft gedreht. Deswegen bin ich so, grad so, äh. Ich darf nicht mit dem anderen kollidieren. So, jetzt komm, hier, preisfrei. Ich bin schon wieder kollidiert. Äh. Oh, ich hab einen Klatscher getroffen. Eins von beiden. Ich krieg das gar nicht alles mit. Ohne Witz. Ich krieg das gar nicht alles mit. Äh, lass mal hier. Äh, ich bin hier. Ich bin zu schnell geflogen. Wahrscheinlich deswegen außen vor. So, ne? Da seh ich schon wieder den Schnurz. Äh, Grunde und Witz, dass ich ihn das erste Mal gefangen hab. Das war echt Glück. Ja, komm, komm, komm. Da ist er. Da ist er. Ich bin auf meiner Zielgerade. Komm schon. Ich hab schon. Ich hab auch Fullspeed. Jetzt hier. Ne, ne, ne. Der fliegt wieder rein. Oh, ich hab ihn gekriegt. Ich hab ihn diesmal wirklich auf, äh, mit Absicht gekriegt und gefangen und Uh. When in hand, four attack speed, one attack damage. Komm schon. Ich mach' ich noch. Ich werde jetzt hier Profi. Äh. Lol. Also, dass ich so'n fetten Stab hab, das ist mir neu. Nein, natürlich nicht. So, ähm. Wo ist das Ding hin? Wo ist das Ding hin? Ich seh's nicht. Alter, das sieht, das sieht so dämlich aus. Ja, gut. Ähm. Schnatz where you at. Wo ist das Ding? Hier rand Higgs rum. Der ist wahrscheinlich, ich kann ja auch den gegnerischen, ähm, Sucher mal so ein bisschen verfolgen. Dann sieht man den ja vielleicht ebenfalls. Naja, der hat wieder gedreht. Äh, Schnatzi, Spatzi, wo bist du hin? Ich seh' ihn grad echt wieder nicht. Irgendwo oben? Nein. Oh, da seh' ich ihn. Oh Gott, ich hätt' ihn kriegen können. Higgs hat den auch gesehen. Nein, den fängst du nicht. Den fängst du nicht. Züüüü. Und, oh, ich hab'n gekriegt. Nein. Wir haben ihn beide gefangen. wir haben beide 150 Punkte gekriegt, oh das hat als verloren gezielt das hat echt als verloren gezielt, so Start, okay neues Spiel das ist echt cool, wie kann man das machen wie geht das, hier ist ja AI mit drin Künstliche Intelligenz, der Schnatz muss irgendwo von A nach B random rumfliegen und, oh jetzt bin ich gerade wieder gedreht worden, ich glaube ich habe einen Klatscher erwischt äh, ähm, ähm, ähm da oben, der sucht auch wieder da, ich sehe ihn ich sehe das Stück, ich habe eigentlich Vollspeed drauf hier, eigentlich sollte ich da ohne Probleme rankommen oh, der hat ihn gekriegt ernsthaft, der hat ihn gekriegt äh das ist wirklich Pech gewesen so nochmal, komm, ich will nicht so einmal gewinnen oder so aber als Minigame ist es nice ich habe keine Ahnung, wie man das umsetzen kann ich kann ja auch vor allen Dingen mal ein bisschen hier die anderen beobachten weißt du, wie die so wie die hier so drauf sind, was sie so machen ähm ja gut, die Hooch, die schwimmelt die ganze Zeit hier unten rum die hat echt gar nichts zu tun ähm das sind halt die Namen vom Silverant Team es müsste auch das erste sein, oh, Angelina hat den Quaffle, okay lass mal gucken, wie die wirft die fliegt jetzt nur nach oben nach oben zu den Ring, nach oben zu den Ring, nach oben zu den Ring ja, und jetzt wirft die den auch yo hat der, oh, warte, jetzt wurde ich gerade ausgedreht 10 Points for Gryffindor, okay, sie haben anscheinend getroffen äh, ja gut feine Sache und das sind wie gesagt die Klatscher, die fliegen hier rum ich würde gerne mal in so einen Klatscher reinfliegen, gucken was passiert ob das der ist, der die Leute dreht oder ob ich einfach nur ne, jetzt bin ich wieder ausgedreht, aber ich weiß nicht ob es der Klatsch war oder der Spieler von daher war coole Mechanik ja doch, war der Klatscher, ich habe wieder gedreht und diesmal ist mir so ein Ding in die Fresse geflogen mhm, ja, komm schon vielleicht ein irgendwo ein Schnatz übrig, zufällig Quaffle, jetzt ist wieder der Gegner dran und gucken, ob der trifft ja, der fliegt auch hoch jetzt er fliegt, 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 fliegt oh, der hat nach rechts geworfen 10 Points for Deliverance äh, ja ist ja wieder kein Schnatz damn it aber ich würde gerne mal das das Treiben mal so ein bisschen von hier vorne begutachten ja, eins ist wirklich null Geschwindigkeit, aber fällt einem gar nicht so auf, ich habe das Gefühl, das ist immer gleich schnell, wenn ich hier rumfliege alter oh, da war der Schnatz der ist ja immer aus den Angeflogen da ist er go get it ah, verdammt, full speed, my friend full speed ey, der fliegt hier echt am Arsch der Welt rum, ne da war das überhaupt boah, ich komme da nicht ran er ist am Schild oh, ich habe ihn erwischt ja gut, gleichzeitig gestorben, ey ich kann auch, warum Harry immer stirbt, nachdem er einen Schnatz fängt, aber ist okay ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen das ist ein ordentlicher Besenstiel und wir sehen uns im nächsten Video bis in das Krachen und tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.